Jeder Mensch, der hier heute sitzt und auch jeder andere Mensch und darüber müssen wir uns bewusst sein, wird irgendwann sterben. Allah sagt im Koran, Das ist der wahre Erfolg. Deswegen müssen wir als Gläubige uns immer wieder daran erinnern, dass der einzige wahre Erfolg es ist, am jüngsten Tag, wenn getrennt wird, wenn getrennt wird zwischen Alu Jenner und Alun Nar, zwischen den Leuten ins Paradies gehen, die Leute in die Hölle gehen, dass man an diesem Tag in das Paradies geht. Das ist der einzige Erfolg. Egal wie reich du gewesen bist, egal wie viel Geld du gehabt hast, egal was du in deinem Leben erreicht hast, ob du Olympiasieger warst, Weltmeister aller Klassen oder was weiß ich, egal was, wenn du am jüngsten Tag in die Hölle gehst, hast du verloren. Und der Prophet Mohammed, der sagt ganz klar in einem Hadith, dass am jüngsten Tag einer, der Erfolg gehabt hat, in die Hölle gesteckt wird, für einen kurzen Moment und rausgeholt wird und er wird gefragt, hast du je etwas Gutes erlebt? Alles wird ihm entgangen sein, weil was in Aish Aishul Akhirah, das wahre Leben, das einzige wahre Leben ist das Leben vom Jenseits. Und was haben die Selef gesagt? Die Selef haben gesagt, einige von Selef haben gesagt, die Menschen sind am Schlafen und wenn sie sterben, dann erwachen sie. Dann wird das böse Erwachen kommen. Stell dir vor, am jüngsten Tag, es wird in der Sohne geblasen. Und es wird in der Sohne geblasen. Dann werden sie aus ihren Gräbern hervorkommen, zu ihrem Herreneiland. Was sagen die? Wer uns, wer hat uns von unseren Schlafgemächtigern aufgewacht, auferweckt? Dies ist, was der Al-Abarmer versprochen hat und die Gesandten haben die Wahrheit gesprochen. Und die Gesandten haben die Wahrheit gesprochen. Da wird er stehen. Und die Hölle wird nahe gebracht werden. Und was wird passieren? An diesem Tag, du musst dir vorstellen, die Hölle wird gebracht, 70.000 Zügel und jeder Zügel wird von 70.000 riesengroßen Malaika herangezogen. Und wenn an diesem Tag, das Jehennem, die Hölle herangebracht wird. Die werden die zu sehen bekommen. An diesem Tag wird der Mujrim, der Verbrecher, der sich von den Gesetzen Allahs abgewandt hat. Der sich vom Koran und von der Sunna abgewandt hat. Der diese Religion nicht praktiziert hat. Der den Iman verweigert hat. Was wird der wünschen? Das heißt, der will die Hoffnung haben. Der würde sich wünschen. Und dieser Wunsch basiert nicht auf wahre Hoffnung. Er würde sich wünschen, er könnte sich an diesem Tag mit seinen Kindern loskaufen. Vor der Strafe in der Hölle. Vor der Strafe in der Hölle mit seinen Kindern loskaufen. Schau dir deine Kinder an. Jeder Mensch sollte sich seine Kinder anschauen. Und an diesem Tag, der wird sagen, nein, ich kann diese Strafe nicht tragen. Lieber meine Kinder. Ewigkeit verloren. Kannst du dir das vorstellen? Die Ewigkeit. Die Ewigkeit verloren. Der wird dich loskaufen wollen mit seinen Kindern. Und seine Frau und seinen Bruder. Und später sagt Allah. Und seine ganze Sippe. Und alle, die auf der Erde sind. Alle, die auf der Erde sind. Der sagt nur Nefsi, Nefsi. Meine Seele. Stell dir das bildlich vor. Und ich gebe euch einen Tipp. Wirklich ohne Quatsch. Für jeden Muslim. Der diese Nasirah von mir hört. Geh mal, wenn du beim nächsten Mal am Kochen bist. Wenn du beim nächsten Mal am Kochen bist. Guck mal in den Backofen rein. Guck mal beim nächsten Mal rein, wenn du am Kochen bist. Wenn du am Braten bist. Schau mal in die Bratpfanne rein. Schau mal in den Backofen rein. Stell dir vor, du kommst in so eine riesengroße Bratpfanne rein. Stell dir das mal vor, du kommst da nicht. Aber das Schlimmste daran ist, stell dir mal vor, da kommst du nie mehr raus. Und guck mal, alles, was die Menschen sich wünschen im Diesseits, um sich zu retten, bei Hitze. Was ist das im Jenseits? Wenn es heiß ist, was versuchen wir jetzt noch zu kriegen? Erstmal, man versucht was? Zum Beispiel einen Wind zu bekommen. Einen Wind. Was sagt Allah über den Wind in der Hölle? Fisamumi wa hamim. Die werden ein Glutwind sein. Der Wind dort, das ist Glutwind. Das Wasser wird, was wird das sein? Wir wissen, abkühlen, wir wollen es mit Wasser abkühlen. Was ist das Wasser zum Abkühlen in der Hölle? Wa hamim. Kochen heißes Wasser. Stell dir vor, stell dir das kochen heißes Wasser vor, du schützt dir das um den Kopf. Und die Hölle ist noch viel schlimmer. Noch viel schlimmer, unvergleichlich. Das heißeste Feuer auf der Welt, das Höllenfeuer ist 70 mal heißer. Schwarz, sagt man. Stell dir mal vor, ein Vulkan. Nicht irgendwie der Backofen, was weiß ich, wie viel Grad da drin sind. Stell dir vor, ein Vulkan, 70 mal heißer. Und der Mensch wird so groß, dass er diese Strafe doppelt schmeckt. Und jedes Mal, wenn die Haut weg ist, kommt die Haut nochmal neu. Jedes Mal, wenn die Haut weg ist, kommt die Haut nochmal neu. Der Schrecken ist so schlimm. Guck mal, was Allah sagt im Koran. Allah sagt im Koran. Wie wollt ihr sein, wie wollt ihr euch hüten, sozusagen, oder dieser Strafe entkommen, an dem Tag, wo ein Junge weiße Haare bekommt, von dem Schrecken, der dort ist. Weiße Haare. So schlimm. Warum wird dieses Beispiel gewöhnt? Und wie willst du sein, an dem Tag, wie willst du dich also hüten, vor der Strafe, wenn du ungläubig warst, an einem Tag, wo ein Kind, kleiner Junge, weiße Haare kriegt von den Schrecken. Wenn der kleine Junge schon den Schrecken bekommt, und weiße Haare, wie ist das mit dir? Wenn du ungläubig warst, unvorstellbar. Und was ist, wenn wir mit uns, die den ganzen Tag Sünden gemacht haben? Das heißt, es ist unvorstellbar. Unvorstellbar. Schatten. Was sucht man noch auf, wenn man es, wenn man, wenn man, wenn man, was ist, was sucht man noch auf, wenn man, wenn man, wenn man, wenn es, wenn es, wenn man, wenn es einem heiß ist, äh, Schatten. Was ist der Schatten? Und Schatten aus Rauch, schwarzem Rauch. Das ist die Hölle. Noch dazu gibt es Essen, Trinken und so weiter, unvorstellbar. Jetzt das Gegenteil davon, das Paradies. Unvorstellbar. Egal, was du in dieser Zeit gehabt hast. Achhi, das ist der kleinste Mann im Paradies. Achhi, der kriegt von der Quantität so viel wie zehnmal die ganze Erde. Der, 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 der als letztes aus der Hölle kommt. Zehnmal. Die ganze Erde, von der Quantität her. Und noch mehr. Allahu alaikum. Was ist es mit demjenigen, der vorher aus der Hölle rauskommt? Von der Qualität her, sagt der Prophet, a.s.w. Der Platz von einem Bogen im Jänner ist besser als die ganze Welt, um was auf ihr ist. Von der Qualität her. Von der Reinheit her, alles im Jenseits ist rein. Egal, was du dir wünschst, du wirst es kriegen. Es wird dort kein Gefühl geben von Schlechtlichkeit. Es ist ewige Glückseligkeit. Das heißt, wenn du hier glücklich bist, dort ist das Gefühl viel intensiver. Das heißt, jeder Mensch muss sich darüber Gedanken machen. Warum erwähnen wir das, Brüder und Schwestern? Warum erwähnen wir das am Anfang? Wir erwähnen das, weil wir diese Ermahnung selber brauchen. Ich brauche die selber. Ich brauche die selber, um uns zu erinnern, was das Ziel ist. Denn, glaubt es mir, Brüder und Schwestern, ich habe, ich bin 31 Jahre alt jetzt. Jetzt, 2009, jetzt bin ich 31 Jahre alt. Und, aber trotz alledem habe ich in dieser kurzen Zeit, relativ kurzen Zeit, viele Erfahrungen in meinem Leben gemacht. Durch den Sport, den ich vorgemacht habe, durch die Schullaufbahn und so weiter, durch das Studium. Und ich kann nur eins sagen. Ein Mensch, der kein Ziel hat, erreicht nie etwas. Und deswegen muss man sich immer wieder das Ziel vor Augen führen. Und wenn man sich den Koran anschaut, liebe Brüder und Schwestern, wenn man sich den Koran anschaut, sieht man, dass fast auf jeder Seite immer wieder auf das Ziel hingewiesen wird. Denn du siehst fast auf jeder Seite, dass das Paradies und die Hölle erwähnt wird. Und das zeigt uns, dass wir uns immer wieder und jeden Tag an dieses Ziel erinnern müssen. Jemand, der sein Ziel nicht verinnerlicht, der wird scheitern. Und glaubt es mir. Der Tag wird kommen. Der Mensch wird sterben. Brüder und Schwestern, es geht schneller, als wir glauben. Es geht schneller, als du denkst. Ich bin 31 Jahre alt jetzt. Wisst ihr, damals, als die Fußball-Weltmeisterschaft 1990 war, wo Deutschland Weltmeister geworden ist. Da war ich elf oder zwölf Jahre alt. Da habe ich gedacht, als ich damals elf oder zwölf Jahre alt war. Davor ist Deutschland 1974 Weltmeister geworden. Also ungefähr 16 Jahre vorher. Franz Beckenbauer war damals der Mannschaftskapitän 1974. Und 1990 war er der Trainer der deutschen Nationalmannschaft. Es war für mich im Jahre 1990, als man mir gesagt hat, oh, vor 16 Jahren war Deutschland Fußball-Weltmeister. Das kam mir vor wie eine Ewigkeit. Plötzlich, 16 Jahre später, im Jahre 2006, ist wieder Fußball-Weltmeisterschaft. In welchem Land? In Deutschland. Und die deutsche Nationalmannschaft spielt dort. Und Jürgen Klinsmann ist plötzlich Trainer, der vorher noch im Jahre 1990 der Stürmer gewesen ist. Und diese Zeit, wo ich vorher gedacht habe, von 1974 zu 1990, weil ich bin 1978 geboren, kam mir wie eine Ewigkeit vor, wie ein langer Zeitraum. Auf einmal, pum. Derselbe Zeitraum ist wieder vergangen. Und das ging wie die Feuerwehr. Das heißt, das Leben, umso älter du wirst, umso schneller vergeht das Leben. Du kannst gar nicht so schnell gucken. Du bist 30 geworden, auf einmal bist du wieder 40. Und das ist das, Leute, das Leben, liebe Brüder und Schwestern, das Leben geht schnell vorbei. Das ist eine Probe. Du hast nur einmal die Chance. Wo willst du morgen sein? Ach, Schwester, Bruder, vielleicht ist morgen dein letzter Tag. Das heißt, wie willst du morgen vor Gott stehen? So musst du glauben. Deswegen, was wird im Hadith erwähnt? Wenn du den Morgen erreicht hast, erwarte nicht den Abend. Und wenn du den Abend erreicht hast, erwarte nicht den Morgen. Sei in dieser Zeit wie einer, der auf der Reise ist. Oder wie ein Fremder. Wie ein Fremder oder jemand, der auf der Reise ist. Warum? Weil wir wollen hier uns ein Denkmal bauen. Du wirst dir kein Denkmal bauen. Morgen kann sich kein Mensch mehr an dich erinnern. Schau dir mal an, wie viele Leute waren das da. Heute sind sie am Morgen. Heute fängt man an zu weinen. In ein paar Jahren sind sie nur noch ein Name im Register. Michael Jackson. Wisst ihr, warum so viele wegen Michael Jackson geweint haben? Plötzlich waren alle traurig. Sogar ich war irgendwie ein bisschen traurig. Wisst ihr das? Wie ich Michael Jackson geliebt habe oder so. Wisst ihr warum? Weil man merkt, es ist ein Teil von dir gestorben. Weil das ist deine Jugend. Den du kennst. Die ganze Musik, die dort gemacht wird und so weiter. Und da fühlst du irgendwie so ein bisschen, ach boah, ist der gestorben? Ist aber traurig. Also nicht, dass er denkt, ich hätte jetzt rumgeheult oder so. Aber ich meine, so irgendwie, so ein komisches Gefühl. Weil der war immer da gewesen. Da sind alle am Weinen. In zehn Jahren, in zehn Jahren wird das so sein. Dann, ach ja, der war auch mal irgendwie. In hundert Jahren kennt ihn kein Mensch mehr. Da ist das ein Name im Register. Ach ja, heutzutage hat man vielleicht dann die Musik, dann hört man sich schon mal an. Ach, du hast wartet, früher, der ist da. Hat ja nicht schlecht angehört, wie der Musik gemacht hat. Allahu a'lm. So wird es vielleicht in hundert Jahren sein. Das heißt, die Zeit vergeht. Ach, wir werden sterben. Und jetzt müssen wir gucken, wie kriegen wir den Erfolg im Diesseits. Wie kriegen wir den Erfolg im Diesseits. Und was hängt, im Jenseits vielmehr. Wie gehen wir den richtigen Weg an? Es gibt zwei Bedingungen. Und die sind im Wort La ilaha illallah, Muhammad und Rasulullah. La ilaha illallah bedeutet, La ma'buda bihaqin illallah. Niemand hat das Recht, angebetet zu werden außer Allah. Allah ist der Schöpfer, Lenker, Herrscher des Universums. Er ist derjenige, der mit vollkommenen Eigenschaften beschrieben wird. Und deswegen ist er auch der Einzige, der das Recht hat, angebetet zu werden. Und die Anbetung hat verschiedene Kategorien. Sei es Schlachten. Wenn wir Schlachten, wir Schlachten für Allah. Wenn wir Beten, wir Beten für Allah. Wenn wir Dua machen, wir machen Dua zu Allah. Wir machen keine Dua zu einem, der im Grabe selber liegt. Und sich selber nicht helfen kann. Wenn wir Tawaf machen, machen wir Tawaf für Allah. Nur für ihn alleine. Denn jeder andere Gottsdienst-Tat wird was? Wie einem anderen gewidmet ist, wird für Ewigkeit in die Hölle führen. Selbst wenn er hundertmal Hatsch gemacht hat. Und Ramadan jedes Jahr gefastet hat. Und jeden Tag hier im Ulel gemacht hat. Und wenn er stirbt und Hatschirk, wird er in die Hölle gehen. Das heißt, du musst lernen, was ist die Sünde, die dich vernichtet. Schau dir an, wie viele Muslime das nicht wissen. In wie vielen islamischen Ländern gibt es Heiligenanbetung? Dass Leute zu Gräbern gehen und bitten die Leute, die in den Gräbern sind, um Hilfe. Dass Leute für Leute schlachten, für Gräber schlachten, um ein Kind zu bekommen. Wer hat die Power? Wer hat die Kraft, wie ein Kind zu geben? Nur Allah. Das muss man wissen. Wie viele Leute gibt es, die zum Wahrsager gehen? Und glauben, dass was der Wahrsager sagt? Der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, sagt, Ja, wer zu einem Wahrsager geht und glaubt ihm, was er sagt, Der hat Unglauben begangen, gegen den über was zu Mohammed gekommen ist. Warum? Weil nur Allah alleine das Verborgene weiß. Wie viele gehen zu Wahrsager? Wie viele lesen Kaffeesatz? Hier. Draußen. Geh mal in den Imbiss rein. Glücksbringer. Der Prophet sagt, Wer einen Glücksbringer hat, hat Schirk begangen. Hier ist der Unterschied. Es gibt kleinen Schirk, großen Schirk. Wenn er den Glücksbringer hat, und denkt, durch den Glücksbringer kriegt er die Kraft, ist großer Schirk. Wenn er denkt, Allah gibt ihm durch den Glücksbringer Kraft, dann ist es kleiner Schirk. Wie viele gibt es das? Geh mal zur Hatsch. Da sind Leute, die sich bemühen, die Gutes tun wollen, die machen mehr schlechte Taten als gute Taten. Die gehen mit mehr schlechten Taten zurück als mit guten Taten. Beschimpfung. Wieder. Von Anfang bis zum Ende. Warum? Lerne die... Jetzt kommen wir nämlich zum nächsten Punkt. Wenn du auf dem richtigen Weg sein musst, dann musst du dem Propheten folgen. Und das ist... Ich bezeuge, dass Mohammed der Gesandte Allah ist. Was bedeutet das, wenn du sagst, dass Mohammed der Gesandte Allah ist? Das bedeutet, dass du seine Aussage, das was er sagt, was wir in den authentischen Hadithen haben, jeder anderen Aussage überlieferst, äh, bevorzugst. Du bevorzugst seine Aussage jeder anderen Aussage gegenüber. Egal, was der Vater sagt, egal, was die Oma sagt, egal, was der Präsident sagt, egal, was die ganze Welt sagt. Wenn der Prophet Mohammed, sallallahu alaihi wasallam, etwas sagt, wenn es heißt, dann herr spitzst du die Ohren. Was sagt Allah im Koran? Oh, der glaubt, kommt nicht zuvor, dem Gesandten Allah ist und Allah. Und fürchtet Allah. Was sagt er danach? Also ihr sollt eure Stimmen... Erhebt eure Stimmen nicht über die Stimme des Propheten. Subhanallah. Was ist erst, wenn du deine Meinung oder die Meinung von irgendjemandem gegenüber die Meinung und der Aussage des Propheten bevorzugst? Allah sagt im Koran, Allah schwört bei sich selber, aber nein, bei deinem Herrn. Die werden nicht eher Glauben, den wahren Glauben haben, bis sie dich zum Urteil nehmen zwischen allem, was unter ihnen strittig ist. Wenn sie dich nehmen, das heißt, wie du betest, wie du fastest, egal, was du machst, du musst dem Propheten, a.s.w. folgen. Ansonsten machst du einen großen Fehler. Du musst dich bemühen, diesem Weg des Propheten, a.s.w. zu folgen. Allah sagt im Koran, وَعَتِعُوا اللَّهَ وَعَتِعُوا الرَّسُولُ Gehorcht Allah und gehorcht dem Gesandten وَلَا تُبْتِلُوا أَعْمَالَكُمْ Und macht eure Taten nicht zunichte, indem ihr ihn nicht gehorcht. Also indem ihr nicht gehorcht steht jetzt nicht darin, das habe ich jetzt gesagt. Macht eure Taten nicht zunichte, aber wenn du ihn nicht gehorchtst, dann machst du deine Taten eventuell vollkommen zunichte. Das heißt, wir müssen uns bemühen, den richtigen Weg einzuschlagen. Aber die Religion, dieser Islam ist nicht nur eine Religion, die wir einmal die Woche in der Moschee am Freitagsgebet praktizieren, sondern das ist ein Menhesh, ein Weg, den wir verinnerlichen für jede Lebenssituation. Brüder, Schwestern, ich habe gestern eine Frage bekommen, wo eine Frau fragt wegen vier Frauen. Subhanallah, und ich sage mal, die Schwester, die diese Frage gestellt hat, wenn sie eine Muslimin gewesen ist, dann hat sie wirklich kein Wissen und ich hoffe, dass sie gestern das akzeptiert hat, was ich gesagt habe. Und dann sagt sie, ja, warum darf der Mann vier Frauen heiraten? Wo ist die Würde, wo ist die Würde der Frau? Ach, wer hat der Frau Würde gegeben außer der Islam? Islam bedeutet sich Gott ergeben. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala sagt, das ist erlaubt für den Mann, dann hast du keine Meinung zu haben. Oder zu sagen, ja, das gefällt mir nicht. Es ist etwas anderes. Wir reden jetzt von natürliche Eifersucht, das ist etwas anderes. Natürliche Eifersucht ist eine normale Sache, die der Mensch hat, die die Frau hat, wenn der Mann jetzt beispielsweise eine zweite Frau hat. Aber du kannst nicht sagen, ja, warum? Wo ist die Würde der Frau? Das ist das, was Allah sagt. Oder ist irgendjemand auf die gekommen, warum hat die Frau Wehen, wenn sie das Kind geschaut hat? Warum hat der Mann keine Wehen zur selben Zeit? Warum habe ich Schmerzen? Warum hat der Mann keine Schmerzen, wenn ich das kriege? Warum habe ich neun Monate das Kind im Bauch? Warum nicht der Mann? Das ist das, was Allah bestimmt hat. Damit muss man sich abfinden. Wofür lebst du hier? Lebst du, um Bungee-Jumping zu machen? Oder Fallschirmspringen? Oder zu tanzen? Oder irgendwie Spaß zu haben? Oder blöd rumzuhängen? Das gilt für Männer und Frauen. Nein! Wir leben hier, um Allah zu dienen. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّ لِيَعْبُدُونَ Ich habe die Menschen und die Jinn nur geschaffen, damit sie mir dienen. Und du dienst ihm, indem du an das glaubst, was er dir herabgesandt hat. Indem du das liebst, was er herabgesandt hat. Denn das ist das, was der allmächtige Gott herabgesandt hat. Und der weiß, was für uns am besten ist. Weiß derjenige nicht, der er erschaffen hat. Und er ist der mülde, der von allem unterrichtet ist. Er weiß, was am besten für den Menschen ist. Und jede Regel hat eine Weisheit. Die Frage ist vielleicht für den einen oder anderen oder für den Muslimen darf es keine Frage sein. Wie können wir es beweisen, dass dies der wahre Weg ist? Und Wallahi, der Islam ist die einzige Religion, die logische Beweise hat für ihre Wahrheit. Logische Beweise für ihre Wahrheit. Schau dir das Leben des Propheten alaihi sallallahu alaihi wa sallam an. Schau dir seine Wahrhaftigkeit an. Brüder und Schwestern, er war vor dem Islam, war er jemand gewesen, der anerkannt war in seinem Volk. Den die Leute geliebt haben. Dann kriegt er die Offenbarung vom allmächtigen Gott. Und was passiert? Sie hassen ihn. Wenn jemand sagt, sie vertreiben ihn. Sie boykottieren ihn. Er muss Hunger leiden. Mord, Attentate werden auf ihn verrichtet. Warum? Weil er die Wahrheit sagt. Weil Allah, den Diener, den er lebt, stellt er auf die Probe. Subhanallah, ich habe letztens von einer Familie gehört, das musst du dir mal reinziehen. Eine Familie aus einem bestimmten islamischen Land, die waren vor kurzem alle, der Mann mit Bart, die Tochter mit Hijab und die Mutter mit Hijab. Auf einmal, der Vater hat sich rasiert, alles aufgeben, kommt nicht mehr ins Gebet, betet nicht mehr, gar nichts. Religion komplett aufgegeben sozusagen. Die Tochter läuft jetzt rum wie von Charlie's Angels oder so. Macht einen auf super, super, ja, super schön, super Model macht die einen. Und wisst ihr, was die gesagt haben? Die haben gesagt, das musst du dir mal vorstellen. Also sowas von doof kann eigentlich keiner sein. Also das kann eigentlich nur jemand sein, der vom Islam noch nie was gehört hat. Ja, als wir den Islam praktiziert haben, da wurde auf einmal alles schwer, haben wir viele Probleme bekommen, meinetwegen den Job verloren. Die sagten, was hast du denn gedacht? Der Prophet, a.s.w., was sagt der? Der sagt, Der stärkste Lohn kommt mit der stärksten Probe. Und Allah, wenn er ein Volk liebt, gibt er ihnen eine Probe. Wer zufrieden ist, der kriegt die Zufriedenheit von Allah. Und wer Zorn damit hat, der kriegt den Zorn von Allah. Hier, das ist das beste Beispiel. Bist du mehr auf die Probe gestellt worden, als der Gesandte Allah? Seine Freunde sind umgebracht worden. Seine Familie ist angegriffen worden. Seine Frau wurde Unzucht vorgeworfen. Man hat ihn versucht zu steinigen, als er versucht hat, die Menschen zu retten in Taif. Man hat ihn versucht umzubringen in Mekka, als er versucht hat, die Menschen zu retten vor dem Kuffer, vor dem Schirk. Bist du mehr auf die... Er hat drei Jahre, ist er boykottiert worden, dass er die Blätter vom Baum und die Zweige gegessen hat. Und die Haut, das vom Tier. Bist du so auf die Probe gestellt worden, subhanallah? Weil du auf einmal von Hartz IV gelebt hast, oder wie? Subhanallah, das muss man sich mal vorstellen. Unglaublich. Weil du auf einmal von der Sozialhilfe gelebt hast. Das war die Probe. Subhanallah, guck mal, kein Verständnis von der Religion. Manche Leute denken, nur weil sie in Ruhe leben, das wäre der richtige Weg. Sie wären auf dem richtigen Weg. Das kann nicht sein. Du musst Gas geben. Du musst dich bemühen für diese Religion. Kommen wir zurück zum Thema. Das heißt, wir müssen dem Propheten, a.s.w. folgen. In allem, was wir tun. Das akzeptieren, was er sagt. Das tun, was er sagt. Daran glauben, was er sagt. Das ist der wichtige Punkt. Der Prophet, guck mal, wie er gelebt hat und guck mal, dieser Beweis für sein Prophetentum. Guck mal, stell dir mal vor, du willst eine Lüge erfinden und denkst, damit kannst du irgendwas reißen. Stell dir das mal vor. Ein Politiker beispielsweise, der macht eine Lüge, der erzählt ihm, ja, wenn wir an die Macht kommen, dann wird alles besser. Und dann kommt er an die Macht. Ja. Was passiert dann? Passiert gar nichts. Der hält nichts ein. Aber stell dir vor, der macht eine Lüge, der wird dann gesteinigt, drei Jahre boykottiert, die versuchen, ihn umzubringen und nach einem Tag sagt er, nee, wir haben doch einen anderen Plan jetzt. Nach einem Tag sagt er, wir haben doch einen anderen Plan. Der Prophet, a.s.w. hatte keine Chance. Es sah völlig aussichtslos aus. Und was haben sie zu ihm gesagt? Die haben zu ihm gesagt, guck mal, gib deine Sache auf, kriegst du von dir so viel Frauen, wie du willst. So was der Mann so mag. Du kriegst Frauen, wie du willst. Wir geben dir die schönsten Frauen aus Mekka. Wir geben dir Geld, so viel wie du willst. Wir machen dich zum reichsten Mann, zum Führer. Wir können keine Entscheidung mehr ohne dich machen. Das sagen sie zu ihm nicht, als er am Gewinnen ist, sondern als er am Verlieren ist. Wenn sein Ziel doch gewesen wäre, Reichtum, Geld, Frauen, so wie ihm vorgeworfen würde, was würde er sagen? Super. Ich habe mein Ziel erreicht. Alles klar. Her damit. Aber was sagt er? Wenn ich mir den Mond, die Sonne in die rechte Hand und den Mond in die linke Hand klar geben würde, dass ich diese Sache lasse, ich würde sie niemals verlassen. Subhanallah. In Mekka, in Medina, die Araber haben geglaubt, man sagt, der Prophet wollte nur die Massen bewegen, er wollte Macht haben. In der Zeit, es gab viele arabische Stämme, es gab viele Leute, die nicht an ihn geglaubt haben. Die Araber haben geglaubt, wenn es eine Sonnenfinsternis gibt, das ist ein Zeichen dafür, dass ein besonderer Mensch gestorben ist. Subhanallah, jetzt in der Zeit, wo der Prophet, a.s.w. stirbt, äh, nicht stirbt, wo sein Sohn Ibrahim, der Sohn des Propheten Mohammed, der hat einen Sohn, der hieß Ibrahim, gestorben ist, was gab es an dem Tag? Eine Sonnenfinsternis. An dem Tag. Und die Araber haben geglaubt, wenn das passiert, dass ein Zeichen dafür, dass ein besonderer Mensch gestorben oder geboren wurde. Jetzt. So, wenn der Prophet ein Scharlatan gewesen wäre, was hätte der gesagt? Der hätte gesagt, ha, habt ihr gesehen? Mein Sohn ist gestorben. Sonnenfinsternis. Hier, bitteschön. Ihr wisst doch, ne? Ihr sagt ja selber, wenn ein besonderer Mensch stirbt, hier, Sonnenfinsternis heute. Mein Sohn ist gestorben, ha, Sonnenfinsternis. Wer will ihm das Gegenteil beweisen? Kann ihm irgendeiner das Gegenteil beweisen? Die Sonne ist Untergang, sein Sohn ist gestorben. Genau das, was die Araber glauben. Aber der Prophet, a.s. sagt die Wahrheit. Was sagt er? Was sagt er? Sonne und Mond sind zwei Zeichen von den Zeichen Allahs. Die gehen nicht unter für den Tod oder das Leben von irgendeinem. Punkt. Das heißt, wenn er doch ein Scharlatan gewesen wäre, was hätte er gesagt? Hier, bitteschön. Ihr müsst jetzt alle an mich glauben und mir folgen und mich zum König ernennen, weil mein Sohn ist gestorben. Habt ihr es gesehen? Ansonsten habt ihr ein Problem am Hals. Aber das ist die Wahrheit. Gestern habe ich das Beispiel gebracht. Ein Mann kommt zum Propheten und sagt zu ihm, Eina Abi, wo ist mein Vater? Sahi Muslim. Der Prophet, a.s. sagt die Wahrheit. Er sagt, er ist in der Hölle. In der Hölle. Daraufhin ist der Mann wütend, geht weg. Das ist Sahi Muslim, der Heilige. Dann ruft der Prophet ihn zurück. Was hätte er gesagt, wenn er ein Scharlatan gewesen wäre? Guck mal, ein Mann, eine Person ist gestorben, der will sich am letzten Zipfel festhalten. Am letzten Strohhalm wird er sich festhalten. Was wird der Prophet sagen? Wenn er intelligent war und will ihn einfach nur gewinnen, was würde er sagen? Guck mal, trete in meine Religion ein, gibst du 20 Euro und dann mache ich Dua, dann kommt dein Vater wieder raus aus der Hölle. Ah ja, 20 Euro da. Eine Mark. Ihr wisst, wie ich das meine. Gib mir etwas Geld und so weiter. So wie heute die ganzen Scharlataner auf der Welt machen. Wunderheiler. Angebliche Wunderheiler. Yeah, er kommt vom Himmel und er hat euch gerettet. Ja, diese ganze Showspielerei da. Schiehst du? Ja, ist so. Hier. Wenn das Geld im Kasten klingt, wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt, wie man so schön sagt. Was hat er gesagt? Was sagt der? Was sagt der zu dem? Der sagt zu dem, mein Vater und dein Vater und dein Vater sind der Hölle. Möge Allah meinen Vater auf dem geraden Weg führen. Amen. Und von den anderen Brüdern, Schwestern. Amen. Brüder und Schwestern, der Koran ist das größte Zeichen vom Islam. Alle Wunder, mit denen die Propheten gekommen sind, waren Wunder, die nur die Menschen in ihrer Zeit wahrnehmen konnten. Zum Beispiel, es ist heute nicht mehr für uns wahrnehmbar, unmittelbar wahrnehmbar, dass Isa a.s. Kranke geheilt hat. Hat der Prophet Mohammed auch getan. Ist aber auch nicht mehr wahrnehmbar. Es ist für uns nicht mehr unmittelbar wahrnehmbar, dass Musa a.s. das Meer gespalten hat. Ist nicht mehr wahrnehmbar. Der Mond wurde von Mohammed gespalten. Er hat also auch diese Wunder. Da sind wir nicht mehr unmittelbar wahrnehmbar. Man hat zwar Bilder, wo es einen Riss gibt am Mond, aber okay. Da könnte man noch sagen, vielleicht ist das ein Krater oder irgendetwas. Das ist nicht unmittelbar wahrnehmbar. Und der Prophet a.s. dass er nur ein Wunder hat. Obwohl er eigentlich andere Wunder hat, wie ich schon gesagt habe. Er hat auch Leuten geholfen, hat Dua gemacht, es kam Regen herab. Das wurde von hunderten, tausend Menschen bezeugt. Ja, da gibt es keinen Zweifel drüber. Aber er sagt, dass er nur ein Zeichen hat. Warum? Weil er damit sagen will, dass alle anderen Zeichen dagegen gar nicht sind. Was sagt er? Es gibt kein, es gibt, also jeder Prophet ist mit einem Zeichen gekommen, durch das die Menschen an ihn geglaubt haben. Und das, was mir gegeben worden ist, ist ein Wahi. Das heißt, der Koran, eine Offenbarung, die Allah mir gegeben hat. Und was? So hoffe ich, dass ich derjenige bin, der am jüngsten Tag die meisten Folgen hat. Und er wird die meisten Folgen. Warum? Sagt er das? Weil der Koran ist ein Wunder für alle Zeiten. Zur damaligen Zeit war das Zeitalter, in der Zeit von Moses, der Zeitalter der Zauberer. Und Moses kam mit genau einem Zeichen, was diese Zeichen kaputt gemacht hat. Das war, welches Zeichen war das gewesen? Das war das, dass er Dinge gebracht hat, die über der Zauberei standen. Sie haben beispielsweise Schlangen, Stöcke geworfen und sie haben dann die Augen der Menschen verzaubert, dass es so aussah, als wenn die Stöcke zu Schlangen geworden sind. Dann hat Musa den Stock geworfen und er ist wirklich zu einer Schlange geworden. Daraufhin haben die Zauberer an Moses Gott geglaubt. Weil sie wussten, dass das nicht sein kann. Sie kannten ihren eigenen Zauber, dass sie Scharlatanen sind und sie wussten, das kann nur von einer höheren Macht kommen. Daraufhin haben sie den Glauben angenommen. Zur Zeit von Jesus war die Zeit der Heilung. Medizin und so weiter. Da kam Jesus mit einem Zeichen, dass er Leute geheilt hat. Was diese Heilungen und Medizin übertroffen hat. Zur Zeit des Propheten Mohammed war das Zeit der Poesie unter den Arabern. Und der Koran kam mit einer Wortwahl, die die anderen Wortwahlen der Menschen vernichtet hat. Übertroffen hat. Das ist vielleicht für uns nicht so spürbar, weil wir die arabische Sprache nicht so kennen wie damals die Leute. Weil wir die arabische Poesie nicht so kannten wie die damaligen Leute. Aber die damaligen Leute haben dadurch daran geglaubt, weil sie wussten, das kann kein Wort von einem Menschen sein. Außer die, die stur gewesen sind. Und deswegen hat der Koran die Menschen herausgefordert. Er sagt, ja, aber Das heißt, wenn ihr im Zweifel seid über das, wacht mal kurz. Es ist in Suche 2, Vers 23. Wenn ihr im Zweifel seid über das, was wir uns auf unseren Diener herabgesandt haben, dann kommt mit einer Suche, die genauso ist. Watt u shuwa da'akum in du nila in kundum sadiqin. Und ruft eure Zeugen an, außer Allah, wenn ihr wahrhaftig seid. Und wenn ihr im Zweifel über das ist, was wir unserem Diener offenbart haben, der Koran, dann bringt doch eine Sura gleiche Art herbei und ruft eure Zeugen außer Allah an, wenn ihr wahrhaftig seid. Doch wenn ihr es nicht tut und ihr werdet es nicht tun, dann fürchtet ein Feuer, dessen Brennstoff Menschen und Steine sind. Es ist für die Ungeläubigen bereitet. Heute, wir haben nicht, wir haben keine Unmittel, wir können vielleicht das nicht so spüren von der Sprache, wie die Araber zur damaligen Zeit. Aber was wir sagen können ist, hätten sie es geschafft damals, dann gäbe es heute keinen Koran. Es ist doch so leicht. Dann gäbe es heute keinen Isra. Es ist doch so leicht. Du brauchst nur eine Suche zu bringen. Die kürzeste Suche ist, inna ataynagil kawthar, fasallili rabbi kawanhar, inna shaniyakul abda. Drei Verse oder vier. Wir haben Bismillahirrahmanirrahim erzählt. Es ist doch einfach. Haben sie es nicht geschafft. Hätten sie es damals geschafft, wir haben den historischen Beweis dafür, hätten sie es damals geschafft, gäbe es heute keinen Islam. Hätten sie alle den Islam verleugnet. Das zeigt, dass dieses Zeichen zur Zeit des Propheten a.s. ganz klar ein Zeichen war, das keiner verleugnen konnte. Heute haben wir die Zeit der modernen Naturwissenschaft. Das ist die Zeit der modernen Naturwissenschaft. Viele haben die Bibel weggelassen, weil sie gesehen haben, die widerspricht der Wissenschaft. Dann braucht sie nur das Buch von Maurice Bouquetl anzugucken, wo er das genau erwähnt und sagt nach seinen Studien und er kann Hebräisch, der kann Engel, der kann Griechisch, der kann Arabisch, hat er geprüppelt und sagt, das Verblüffende ist, dass es keine einzige Aussage gibt im Koran, die bewiesenen wissenschaftlichen Tatsachen widerspricht. bewiesen nicht Hypothesen, Annahmen, Theorien, sondern bewiesenen wissenschaftlichen Tatsachen. Gibt es nicht. Im Gegenteil, es wurden Sachen genannt, die unmöglicherweise jemand vor 1400 Jahren wissen konnte. Zum Beispiel, den Himmel haben wir aufgebaut mit Kraft und wir werden ihn ausdehnen. Musiun, wo steht das? Im Koran. Im Koran. Im Jusdherjat. Wir dehnen ihn aus. Was hat man im letzten Jahrhundert festgestellt, vor 10, 20, 30, 40, 50 Jahren mit den modernsten naturwissenschaftlichen Geräten, mit den modernsten, mit den modernsten Geräten, wie Teleskope, Rechnungen, die man zur damen in der Zeit nicht hatte? Was hat man festgestellt? Dass sich das Universum ausbreitet. Wie kann man diesen Vers anders verstehen? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Wir haben den Himmel aufgebaut mit Kraft und wir werden ihn ausdehnen. Wir werden ihn ausdehnen. Wie kann jemand auf die Idee kommen, zu sagen, der Himmel dehnt sich aus? Wie kann jemand auf diese Idee kommen? Es kann nur von Allah subhanahu wa ta'ala sein. Es kann nur. In Majmur von Ibn Taymiyya, wisst ihr, was da drin steht? In der Zeit, wo hier die Menschen umgebracht worden sind, wenn sie gesagt haben, die Erde ist rund, Die Ulema sind einstimmig der Meinung, dass die Erde Kurrawiyah ist. Kurra, was ist ein Kurra im Arabischen? Ein Ball. Das heißt Kurrawiyah, dass diese Art sphärisch ist. Ball ähnlich sozusagen. Rund in dem Sinne, weil rund könnte natürlich auch eine Fläche sein. Das heißt nicht nur rund, sondern Kurrawiyah. Das sagt er, warum? Weil im Koran steht, Yukawiru Layla Ala Nahar wa Yukawiru Nahara Ala Layla. Der, Yukawiru, das kommt von diesem Wort, Takwiyah. Der dreht den Tag und die Nacht über den Tag. Das kann nur sein, das kann nur sein, wenn die Erde sphärisch ist. Woher hat der Prophet Mohammed das sallallahu alaihi wa sallam gewusst? Vor 1400 Jahren. Da sagen sie, das hat er von den Griechen gewusst. Dann sagen wir, warum hat der nicht von den Griechen Fehler übernommen? Wenn er doch von denen abgeschrieben hat. Wo die Araber gar keine Ahnung hat er keine Fehler von denen abgeschrieben? Subhanallah. Dann weiter. Allah sagt in Surah Al-Hadid, wa enzalna Al-Hadid, wir haben das Eisen herabgesandt. Wer konnte es damals wissen, dass das Eisen nicht aus dieser Erde kommt, sondern aus dem äußeren Universum in dieses Sonnensystem hineingeschleudert wurde? Das hat man jetzt reingeführt. Man fragt sich, was heißt enzalna Al-Hadid? Heißt das jetzt erschaffen oder wie oder was? Weil eigentlich enzal heißt herabgesandt. Es ist herabgesandt. Man könnte denken, ja okay, durch seine Kudra, durch seine Macht hat er das gemacht, das Eisen. Aber wortwörtlich sagen wir, das kommt nicht von der Erde. Und das ist das, was die Wissenschaft heutzutage sagt. Im Koran sagt Allah, der den Menschen aus einem Alak erschaffen hat. Was ist ein Alak? Alak ist etwas, was man festmacht. Und im Embryonalstadium ist der Embryo an der Gebärmutter festgesetzt. Alak ist auch ähnlich wie ein Blutegel. Und man sieht heutzutage, aber das sind natürlich alles Zeichen, um sich damit auseinander zu setzen, dass es aussieht ähnlich wie ein Blutegel in einem bestimmten Embryonalstadium. Dann heißt es auch ein Blutklumpen und in einem bestimmten Embryostadium sieht es aus wie ein Blutklumpen. Das sind Zeichen, die uns heute zeigen sollen, guck mal, wer konnte das damals wissen? Jetzt kommen die Leute, wie aus einem Blutegel, es ist ja kein Blutegel. Natürlich, der Islam gibt dir Hinweise, um die Wahrheit zu finden. Es ist kein Embryonalbuch oder Dinosaurierbuch oder irgendwas, sondern er gibt dir Hinweise, die ganz klar und deutlich sind. Zur damaligen Zeit, in diesem Stadium, wie Alak ist, wie ein Blutklumpen beziehungsweise wie ein Blutegel, wo er dranhängt, da brauchst du Mikroskope, da brauchst du Mikroskope, für mich das feststellen, das konnte keiner wissen. Das konnte keiner wissen. Heute sagt man, dass Himmel und Erde eine zusammenhängende Masse waren. Urknalltheorien, das auseinandergegangen ist. Was sagt der Koran? Haben die Ungläubigen nicht gesehen, dass Himmel und Erde zusammenhängend waren? Radk, Mutalazik, die sind zusammengebunden. Wir haben sie getrennt. So ist der Raum entstanden. Man fragt sich, wie ist dieser Raum entstanden? Danach fragt man, wie ist das Leben entstanden? Dann sagt Allah, und haben aus dem Wasser alles Lebendige gemacht. Da frage ich, was wollen wir noch mehr? Brüder, was wollen wir noch mehr außer diese Zeichen? Schwestern, Brüder und Schwestern, welche Zeichen wollen wir noch mehr? Das ist ganz klar und ein Deutsch, der Koran, der Islam fordert die Menschen in jedem Zeitalter heraus und zeigt ganz klar, dass das die Wahrheit ist und das zeigt ganz klar, dass Paradies und Hölle die Wahrheit sind, denn der Koran sagt nur die Wahrheit. Und wenn wir das wissen, dass der die Wahrheit sagt, Brüder, dann müssen wir uns bemühen, die Religion erstens richtig zu praktizieren, richtig zu lernen und daraufhin diese Religion zu verbreiten.